hallo liebe leute herzlich willkommen bei einem neuen video von mir heute in meinem neuen video geht es darum ich frage euch bzw ich frage mich selbst habt ihr haustiere und diese frage gehe ich auch gleich weiter auf mich ich habe haustiere ich habe zwei katzen beziehungsweise zwei kater in semi und in chili eine rot getigerte und ja wo hast du hunger gehen wir was papi deine normal so ich sage mal grau getigerte was mir wohl mein kater damit sagen will sie gerade in semi vor mir sitzt und schaut mich an und denkt sich was tut der typ da ja ich liebe katzen ich mag hunde eigentlich auch aber ich bin nicht so der hunde fan ich finde schon okay sind süß und wenn sie das stöckchen holen und was auch immer alles okay aber ich mag und jetzt nichts ich bin mir der katzen mensch vielleicht merkt man das auch irgendwie das habe ich auch in meiner youtube beschreibung geschrieben dass ich eigentlich ein katzenmensch bin wie schaut es mit euch aus habt ihr tiere wünscht ihr euch tiere weil es ist nämlich auch so um tiere muss man sich halt auch kümmern das einfach in urlaub fliegen was man dann so sagen wir mal machen kann wenn man tiere hat funktioniert nicht so einfach natürlich kann man auch gerne die nachbarn fragen ob die nicht kurz vielleicht aufs fischerl aufpassen könnten zu einer woche oder was würden sie wahrscheinlich nicht nein sagen ich würde auch nicht nein sagen wenn meine nachbarn kommen würden aber man muss sich natürlich schon im klaren sein wenn man sich so ein tier nimmt ist das auch eine verantwortung das ist das was viele halt unterschätzen viele denken sich immer die ist ganz nett und lieb und süß und man kann kuscheln damit und so aber die wachsen werden älter größer bringen manchmal auch problemchen mit wenn sie krank werden oder sonst was und dass sie wachsen einen halt halt wirklich aufs herz sind richtige familienmitglieder und wenn man halt so was für ein tier verliert oder so ist das halt auch mega traurig und manchmal vergisst das viel einfach irgendwie nicht also es bleibt dann immer in erinnerung habe leider auch schon teilweise tiere verloren aber es gehört einfach dazu so wie man menschen verliert verliert man leider auch tiere natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen aber aber ich werde auf jeden fall irgendwann einmal in meinem leben sollte das semi und der chili nicht mehr sein wahrscheinlich mir wieder welche holen oder ein kater oder eine katze wie auch immer ich glaube das wird für mich immer so bleiben wie schaut es mit euch aus habt ihr auch tiere wollt ihr auch tiere und ihr könnt mir gerne kommentare schreiben und auch zum beispiel eure meinung sagen zum beispiel wenn ihr einfach keine katzen mögt warum und wieso ohne dass ihr überhaupt irgendwie bedenken müsste sich dann irgendwie schlechtes sagt also wäre toll wenn ihr mir ein zwei kommentare schreiben wird mein roter chili simuliert simuliert sage ich randaliert hier und mein grauer semi sitzt da vorne und schaut so aus als wieder gleich einschlafen auf jeden fall schreibt mir kommentare lassen like da daumen hoch oder was auch immer und die glocke nicht vergessen für die nächsten videos und ich würde mich freuen wenn ihr mir ein bisschen was über eure haustiere erzählen könntet würdet wie auch immer macht es gut ich zeige euch jetzt noch kurz in chili weil er hier neben mir randaliert passt auf jetzt tschüss